Aber keine volle Sprecherkabine mehr. Ein Platz ist leer. Christian Danner hat sich auf den Weg gemacht zu Florian König, um da gleich die Analyse mit Flo gemeinsam zu machen. Also Siegerehrung und Einfahrt ins Parc Ferme gibt es von mir hier oben alleine. Und für die Vettelfans gibt es vielleicht noch ein paar Sorgenfalten. Ich könnte sie ein bisschen nervös machen. Wenn ich Ihnen meine Gedanken zu der pinken Bestzeit in Sektor 2 mitteile. Denn Sebastian Vettel ist gerade im ersten Sektor Bestzeit gefahren. Das war nicht so schlimm. Aber eben auch im zweiten Sektor absolute Bestzeit. Und da war eigentlich gelb. Also nicht, dass nach den fünf Sekunden, die er für die Kollision am Anfang mit Valtteri Bottas kassiert hat, es hier nachträglich noch mal Ärger gibt für Sebastian Vettel. Das wäre natürlich bitter und könnte unter Umständen dann eben noch mal irgendwas kosten. Stichwort Kosten, das weggerollte Rad von Sergio Perez im Training kostet 100.000. Also das war unsafe release. 75.000 Euro davon sind allerdings auf Bewährung ausgesetzt worden für das Force India Team. So, jetzt hat Lewis Hamilton den Helm ab. Jetzt muss die Balaclava ab. Der ganze Funkverkehr muss alles erstmal gelöst werden. Dann müssen die Haare gerichtet werden. Also diese Dreadlocks, die er zwischendurch da hatte. Das war die Frühsommerfrisur. Im Juni sieht der Hamilton wieder aus, wie der Hamilton im April aussah. Und er sieht vor allen Dingen so aus, gleich auf dem Treppchen, wie er in Barcelona aussah. Nämlich strahlend, glücklich und sehr zufrieden mit den Reifen, mit der dünneren Lauffläche. Aber in erster Linie mal sehr zufrieden mit der PU 2.1, mit dem neuen Motorengesamtpaket, das man ihm an diesem Wochenende zur Verfügung gestellt hat. Nicht nur ihm, sondern natürlich auch allen Mercedes-Kundenteams. Die sind alle mit dem neuen Motor gefahren. Und eigentlich sind alle ganz zufrieden, bis auf Sergio Perez. Denn die hatten ja schließlich eine Issue, also einen Vorfall bei Force India. Das Abklatschen mit den Jungs, das Abklatschen mit den Mechanikern, das gehört dazu. Und jetzt gibt es die Interviews von Franck Montagny und Jean Lisi. Gratulation zu diesem wunderschönen Sieg, Luis. Wie war der Start für dich? Wie fühlst du dich insgesamt jetzt? Sag mal was. Ja, ich bin sehr dankbar, muss ich sagen, für dieses Wochenende. Mein Team, mit dem bin ich jetzt sechs Jahre zusammen und ständig schieben die die Grenzen immer weiter noch nach vorn und geben nie auf. Also ich bin riesig dankbar für die ganze Arbeit, die hier auf der Strecke und auch in der Fabrik im Werk gemacht wird vom Team. Das ist ein toller Tag. Das Rennen hat Spaß gemacht, das Wetter war gut und die Fans, die waren wirklich verrückt. Also es war toll, die ganzen Leute hier zu sehen beim französischen Grand Prix. Für mich persönlich ist es der beste französische Grand Prix, das es hier gegeben hat. Und jetzt für die WM, wie ist das? Ja, das ist doch eigentlich da, wo ich hinwollte. Hey Max, happy Sunday. Max, happy Sunday. Ja, war nicht schlecht, war gut. Ich wollte an Luis dranbleiben, er hat die Pace kontrolliert, hatte eine gute Pace auch selber, hat Spaß gemacht. Sehr hart musste ich jetzt nicht arbeiten, aber es ist schön auf dem Podium zu sein. Irgendwas gesehen beim Start, irgendwas Unerwartetes? Naja, unterm Strich hat jeder versucht, die beste Position rauszuholen und jeder kann da irgendwo auch Fehler machen. Passiert. Fantastisches Rennen. Kimi, tolles Rennen auch für dich. Podiumsplatz, wie fühlt es sich jetzt nach dem verrückten Start? Ja, ich glaube, jeder hat da so seine Probleme mit dem Start gehabt. Ich bin auch ein bisschen nach außen angekommen bei der ersten Kurve, musste dann langsamer machen, hab dann innen reingezogen und dann, ja, so Sachen passieren einfach. Hab dann eigentlich auf dem langen Stint noch relativ gut wieder aufgeholt und ja, dann fehlte die Speed und trotzdem sind wir aufs Podium gekommen. Soweit die Interviews. Franck Montagny, sieben Formel 1 Rennen hat er gefahren. Ansonsten war er erfolgreicher bei den Series Renault 3.5. Jean Alesi deutlich erfolgreicher in der Formel 1 mit immerhin einem Sieg, aber nicht vielleicht der allerbeste Interviewer. Da ist der Franck Montagny deutlich besser im Thema, denn das ist ein Kollege, der fürs französische Fernsehen arbeitet. Stichwort Fernsehen, beim RTL würde jetzt normalerweise exklusiv Weekend laufen. Wir müssen sie ein bisschen vertrösten. Die Formel 1 hat ein bisschen länger gedauert mit dem Unfall und dem Safety Car. Formel exklusiv, beziehungsweise exklusiv Weekend, pardon, Formel exklusiv gab es ja auch mal mit Kai Ebel. Also exklusiv Weekend kommt ein bisschen später. Willen wir nochmal ein krummes linkes Hinterrad von Fernando Alonso sehen. Also es ging wirklich alles daneben, was daneben gehen konnte für den Mann von McLaren. Es sind ja fast noch ein paar Mechaniker über die Schippe genommen. Das kriegen wir hier als Zeitlupe, als Übergangsbild, während die Herren Hamilton, Verstappen und Reikönen sich auf den Weg hoch aufs Siegertreppchen machen. Das dauert hier alles ein bisschen länger. Die Wege sind da ein bisschen weiter vom Parc Fermé hoch und deshalb muss man auch fahren erst mal. Ja, Matteo Bonciani, der Mann hinten, sorgt dafür, dass es losgeht. Gut wäre noch ein Fahrer, den haben wir. Und gut wäre eine geschlossene Beifahrertür. Dann hätten wir auch eine Chance, dass die beiden oder die drei dann bald mal beim Siegerehrungstreppchen ankommen. Florian König und Christian Danner sehe ich schon unterhalb des Siegerehrungstreppchens hier auf meinem kleinen Vorschau-Monitor. Christian hat es also geschafft und jetzt sehen Sie die Totale. Und jetzt kommen wir auch endlich dazu, diese Kunstwerke mal ein bisschen zu erklären. Das sind ja wunderschöne Teilchen, die da in der Box stehen von einem speziellen Künstler, Richard Orlinski. Und die Plastik, die direkt neben dem Siegertreppchen steht, heißt Wildcourt. Ja, die beiden hatten ein relativ einfaches Rennen, sagen sie sich gerade gegenseitig. Sprechen über ihre Reifenmischungen. Verstappen und Lewis Hamilton. Das war gegen die Regeln der Verkehrssicherheit. Mit offener Tür sind die da gefahren. Also wenn der Christian Danner als Verkehrssicherheitsexperte das von hier oben hätte kommentieren müssen, dann hätte er bestimmt geschimpft. Hamilton auf 1, Verstappen auf 2 und Räikkönen auf 3. Das gab es schon mal Österreich 2016. Da hatten wir exakt diese Podiumskonstellation. Ist doch ein schöner Hinweis, um nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für das Rennen auf dem Red Bull Ring nächste Woche. Da sind wir in der Steiermark. Noch ist nicht ausverkauft, auch wenn wahrscheinlich wieder 15.000 bis 20.000 Verstappen-Fans da sein werden. Letztes Jahr waren es 17.000. Da war der halbe Ring in orange. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Ich freue mich drauf. Und Sie sind hoffentlich dann entweder live dabei. Karten gibt es noch oder beim Fernsehen. Und Dr. Zetsche, der hat eigentlich ein ganz gutes Näschen. Also den habe ich ganz selten mal live bei einem Rennen erlebt, wo sein Auto dann nicht gewonnen hätte. Also der sucht sich immer genau die richtigen Rennen aus, um dann eben auch den Stern wirklich strahlend zu sehen und einen Mercedes-Fahrer auf dem Treppchen ganz oben zu erleben. Das dauert jetzt wirklich sehr, sehr lange mit der Siegerehrung. Ähnlich lange hat eigentlich nur die Anfahrt am ersten Tag gedauert, als hier absolutes Verkehrschaos herrschte rund um die Strecke. Viele, viele Fans waren stocksauer, weil sie stundenlang im Stau gestanden haben. Ich lasse sie ein bisschen lauschen. Lewis Hamilton schaut sich da noch mal ein paar Szenen an. Das ist jetzt der Startunfall. Bottas Vettel. Das haben wir ja vorhin schon kommentiert, dass Max Verstappen ganz außen rumgefahren ist. Jetzt will er noch mal wissen, wo Vettel gelandet ist. Sie kamen aus 6 oder 7. Ne, er ist Fünfter geworden. England and Lewis Hamilton winnen, sehen Sie da hinten. Das bezieht sich natürlich auf das Spiel England gegen Panama. Also für die Engländer Sportlichen ein sehr guter Tag. 6-1 Erfolg der Three Lions. Und der Mann hier rechts, Ron Meadows, ist ein riesen Fußballfan. Habe ich Ihnen schon ganz oft gesagt. Der Teammanager. Desperate Liverpool Supporter. Also der ist am Anfield zu Hause oder in Anfield zu Hause. Wollte auch unbedingt zum Finale. Das ist der Renningenieur Peter Bonington von Lewis Hamilton. Also Ron Meadows hätte gerne Liverpool im Champions-League-Finale gesehen. Aber da war ja nun mal dummerweise ein Rennen in Monte Carlo. Deshalb durfte er nicht in die Ukraine, obwohl er Karten gehabt hätte. Schade, schade für ihn. Aber am Ende hat er dann leider eh Real Madrid gewonnen. Max Verstappen locker und easy hoch aufs Treppchen. Da ist er zumindest schon mal wieder auf Position 2 angekommen. Aber er wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Und Lewis Hamilton ist der Triumphator in Frankreich. Völlig verdient, fehlerfreies Wochenende haben wir James Ellison gesehen. Einer der Väter des Erfolges und die Hymnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die deutsche Nationalhymne für das Team Mercedes, vorher die englische God Save the Queen für den strahlenden Sieger für Lewis Hamilton. Und ups, das ist aber mal ein Pokal. Die Sportministerin aus Frankreich überreicht eine Trophäe, nehmen wir mal an, weil die so ähnlich aussieht wie die Tierchen, die hier in der Boxengasse stehen. Ich könnte mir vorstellen, die ist vom gleichen Künstler, die ist auch von Richard Orlinski, Susi Wolf und Toto Wolf glücklich. Und der Vertreter des Hauptsponsors, Pirelli jetzt mit der Trophäe für Ron Meadows, für den Teammanager. Viel zu klatschen, viel zu jubeln für Mercedes. Jetzt gibt es aber Beifall sicherlich von den Red Bull Jungs. Der Präsident des französischen Formlines-Projekts überreicht den Pokal an Max Verstappen. Dr. Marco freut sich, denkt aber im Nachhinein schon, vielleicht bringt das noch ein paar zusätzliche Karten und ein paar zusätzliche Fans für den Red Bull Ring nächste Woche. Und Kimi Räikkönen, cool wie eh und je, lässt sich mit links die Trophäe hoch und die Sonnenbrille, die ist drauf. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn er jetzt Champagner vors Gesicht kriegt, dann ist das so ähnlich wie die legendäre Taucherbrille von Adrian Newey damals in Korea. Die letzten 25 Male, wo er bei der Siegerhund dabei war, für Kimi stand er aber leider immer links oder rechts. Es wird Zeit, dass er mal wieder in der Mitte steht. Ich hoffe, damit bin ich nicht alleine mit dieser Hoffnung für Kimi Räikkönen. Endlich mal wieder ein Kimi-Sieg. Es wird Zeit. Und vielleicht hat er ja nur noch diese Saisonzeit, denn wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die Gerüchte, dass der junge Mann von Sauber, das Charles Leclerc, nächstes Jahr neben Sebastian Vettel im Ferrari sitzt, die werden immer öfter und lauter im Fahrerlager erzählt. Das obligatorische Gruppenfoto. Da haben wir die ersten drei und den strahlenden Teammanager von Mercedes. Die anderen Positionen, die ersten zehn, kriegen Sie jetzt noch mal im Überblick. Und dann geht es weiter bei Christian Danner, den ich heute ausgeliehen habe an Florian König und eben bei Florian König. Also stimmungsmäßig waren die Franzosen hier gleich bei 100 Prozent. Muss man wirklich sagen, tolle Atmosphäre. Hinweis für Sie. 01379 300 300. Geht immer noch das Auto zu gewinnen. 49.900 Euro wert. Und es gibt das Hockenheim-Paket obendrauf mit Tickets, mit Hotlabs, mit Fahrerlagerbesuch und so weiter. Also lohnt es sich noch mal anzurufen. Christian und ich sind unterhalb dieses Siegerpodest, haben gerade da ganz in Ruhe zugeschaut und wollen jetzt noch mal ein bisschen über das Rennen sprechen. Am Start hat der Sebastian eine Menge, leider Gottes, dann liegen lassen, nachdem es ja eigentlich von der... Das ist jetzt der Rest hier, die andere Karambolage, die weiter hinten stattgefunden hat. Gasly-Ocon war das. Zwischen Gasly und Ocon, das französische Duell sozusagen. Ja, du hast es völlig richtig gesagt. Kann man sich sowas leisten? Nein. Nicht gegen einen Gegner Hamilton. Die Frage ist nur, wie kann ich sowas vermeiden? Wenn ich da auf die erste Kurve zufahre, hab einen Superstart, hab den Bottas eigentlich schon überholt, dann fehlt einem einzig der Referenzpunkt, weil man nicht mehr genau sehen kann. Ich kann ja nicht nach links rüber schauen, wo bremse ich. Man muss das nach Gefühl machen. Man hofft trotzdem, dass man den Bottas noch irgendwie kassieren kann. Ja, Pustepuppen. Wir haben ja an diesem Wochenende schon häufiger über das Thema Einsicht gesprochen. Bin gespannt, was Vettel sagt. Wie einsichtiger er ist, dass es seiner war. Kai Ebel stellt die Frage. Ja, Sebastian, fangen wir am besten vorne an mit dem Crash, der das ganze Rennen im Prinzip geändert hat. Plus fünf Sekunden, aus Ihrer Sicht okay oder nicht okay? Ja, ich meine, ich war ja letzten Endes der, der daran schuld war. Ich hatte natürlich dann keinen... Ich denke, mein Start war zu gut. Da hat man auch selten. Aber ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Eine Möglichkeit dann irgendwie, das Auto im Auto aufzumachen, Weg zu machen. Bei rechts war dann der Valtteri, der natürlich dann vor mir bleiben wollte, weil er gesehen hat, dass ich attackiere. Und daneben dann nochmal der Max, der natürlich bis zum Ende der Gerade, denke ich mal, den Windschatten genutzt hat, um dann auch rauszukommen. Und somit hatte ich dann keinen Platz mehr und mir blieb dann leider nichts anderes übrig. Kam der Stopp, dann ging es auf die Softmischung. Gab es da zu dem Moment Gedanken, das Rennen mit denen sofort zu Ende zu fahren? Vielleicht nicht sofort, aber klar, wenn man hinten ist, ist das natürlich eine Möglichkeit, die andere wäre gewesen. Ich habe mal gesehen, dass es unten am östlichen Ende der Strecke geblitzt hat. Dann dachte ich, dass vielleicht ein bisschen Regen kommt und wir länger draußen bleiben können. Das waren doch nur die Fotografen, oder? Nein, es war ein Blitz. Aber uns hat es nicht getroffen, also dass man dann länger draußen bleibt, bis es regnet. Das kam leider nicht. Ja, es war halt ein bisschen am Anfang an der Wurm drin, aber dafür, glaube ich, ist der fünfte Platz okay. Zum Schluss haben wir dann nur reagiert, was der Valtteri macht, weil sonst wären wir hinter ihn gefallen und das hatten wir nicht vor. Riccardo war nicht zu halten? Nein, ich war überrascht. Ja, nicht mehr die Frischsten. Somit war er dann überrascht, aber er hatte einfach so viel mehr Grip, dass er dann locker daneben fahren konnte. Dann Ihr Hobby war auch wieder dabei, schnellste Rennrunde fahren. Am Ende hat es wohl geklappt, aber ich denke, da war noch eine gelbe Flagge, oder? Ich musste zum Schluss den Speed rausnehmen, aber das ist nicht so wichtig. Danke. Soweit also Sebastian Vettel und das ist hier nochmal der Nachweis, dass die Atmosphäre in Frankreich echt riesig ist. Toto Wolf ist bei uns. Wie glücklich sind Sie mit dem Rennen? Weil einer ist ja problemlos durchgekommen, der andere hatte schwere Schwierigkeiten nach dem Crash mit Sebastian. Ja, für den Luis ein fehlerfreies Rennen. Der Outort funktioniert, Motor hat funktioniert, Fahrrad funktioniert und das haben wir in der Kombination schon lange nicht gehabt. Dann geht selten was schief, wenn das alles funktioniert. Genau, dann geht selten was schief und für den Valtteri natürlich todunglücklich. Der Sebastian hat sich da verschätzt in Turn 1, hat Valtteri's Rennen ruiniert und natürlich auch sein eigenes. Was war denn genau kaputt bei Valtteri? Wie Marc gehört, Unterboden beschädigt, wie viel Abtrieb ist verloren gegangen, Balance verschoben. Was hattet ihr für Probleme während des Rennens, weil er hätte auch noch weiter vorkommen können. Wir haben es visuell gesehen, da war der ganze Unterboden rund um das Rear Tire Seal, also um den Hinterreifen, komplett zerschossen. Und der Valtteri hat gesagt, das Auto fühlt sich schockierend an. Ist Mercedes wieder da, wo Sie hinwollen, ganz vorne? Oder kann das, kommt das Wochenende in Ihrer Heimat in Österreich, schon wieder anders aussehen? Nein, ich hoffe, dass wir wieder einen Schritt gemacht haben und uns konstant weiterentwickeln. Das zweite Auto noch vorne mit dabei zu haben, wäre natürlich super, aber man muss auch demütig bleiben. Das ist ein Dreikampf zwischen Red Bull, Ferrari und uns und gut für das Spektakel, denke ich. Wie hart ist es für das Team, jetzt diese drei Rennwochenende in Folge abzuspulen? Brutal hart. Also wir sehen alle unsere Familien jetzt fast dreieinhalb Wochen nicht. Und das ist nicht ganz einfach. Die Kinder sind in den Sommerferien, sehen aber von ihren Eltern nichts. Vielleicht sind die froh. Das kann sein, meine sind wahrscheinlich froh, ja. Aber es ist nicht einfach für die Mannschaft, man unterschätzt das oft. Ja, klar. Also wir konstatieren, erster Abschnitt gut geglückt, Auto funktioniert. Mal schauen, wie es am kommenden Wochenende wird. Dankeschön, Toto Wolf und Sie, liebe Zuschauer, haben die Gelegenheit, nochmal bei uns ein Gewinnspiel anzurufen. 01379 300 300. Die Franzosen, die geben hier alles. Toto wird gefeiert und Sie können vielleicht gleich feiern über ein neues Auto und das Hockenheim-Paket. Viel Erfolg dabei und wir sind gleich wieder zurück. Also herzlichen Glückwunsch, aber schon kommendes Wochenende gibt es wieder eine Chance, ein tolles Auto zu gewinnen. In Spielberg, neues Glück, neues Spiel. Gibt es auf alle Fälle etwas Neues oder Altes, nämlich wir sind wieder bei den Standardreifen. Das könnte heißen, wieder ein bisschen besser für Ferrari und wir sind bei 74 Prozent Vollgasanteil. Und das geht auch noch den Berg hinauf, also Motorleistung und Traktion, das A&O. Danke dir, Christian, danke Ihnen, wünsche noch einen schönen Tag. Jetzt kommt exklusiv nachher 18.45 Uhr die News. Das war die Formel 1 aus Frankreich. Bis nächstes Wochenende. Ciao. Ciao. Sie glauben nicht, was mir ein Hollywood-Star verraten hat. Es geht um Löckchen.